In diesem Video geht es um die besten Kühlgefrierkombinationen. Der Qualitätssieger in unserem Kühlgefrierkombination-Test geht an die Siemens KG 39. Mit Low Frost minimieren Sie den notwendigen Abtauaufwand. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten weist diese Kühlgefrierkombinationen im Inneren keine Gitter und Wertampfer auf, die vereisen können. Der spezielle Wertampfer ist außerhalb des Gefrierraums platziert. Das Hyperfresh frische System bietet die besten Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern. In den Hyperfresh-Schubladen lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt manuell per Schieberegler individuell auf das Eingelagerte abstimmen. Ihre Kühlgefrierkombination zu füllen und zu leeren war noch nie so einfach. Dank Profilschienen lassen sich die integrierten Glasablagen jetzt leichtgängig bis zur Mitte herausziehen. Machen Sie sich nie wieder Sorgen darum, wie Ihre Weihnachtsgans in den Gefrierschrank passen soll. Die Big Box bietet genügend Platz, um großes Gefriergut unterzubringen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Bauknecht KGL 1820. Dank des in die Innenwände des Gefrierbereichs eingelassenen Wertampfers genießen Sie mehrere Vorteile. Herausnehmbare Glasböden sorgen dafür, dass auch großes Gefriergut Platz findet und die Schubladen bleiben leichtgängig. Frost kann sich nur noch an den Seiten und im oberen Bereich des Innenraums bilden. Die Fresh Zone Plus bietet innerhalb der Schublade längere Frische für Obst und Gemüse. Denn der integrierte Feuchtigkeitsregler sorgt für ein optimales frische Klima. Dank der Active Fresh Technologie wird die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wiederhergestellt als bei herkömmlichen Kühlschränken. Da der Sensor die Temperatur im Kühlschrankinnenraum permanent überprüft. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und Sie können länger genießen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kühl-Gefrier-Kombination-Test ist die Gorenje NRK 4182. Die neue Generation an Kühl- und Gefriergeräten wurde als perfekter Partner für einen modernen, aktiven Lebensstil entwickelt, die nicht nur äußerst energieeffizient ist, sondern zusätzlich über eine lange Liste an innovativen Lösungen verfügt. Diese sorgen für ein optimales Mikroklima, damit frische, schmackhafte und gesunde Lebensmittel verfügbar sind. Die NoFrost-Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. Das Multiflow 360-Grad-System sorgt durch eine Mehrfachbelüftung über 14 Luftkanäle für eine gleichmäßige Luftzufuhr, Luftverteilung und Kühlung im gesamten Kühlschrankinnenraum. Frisches Obst und Gemüse verderben schneller als andere Lebensmittel. In diesem geräumigen Gemüsefach mit seinen 36 Litern Fassungsvermögen bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.